Bis heute war es geht, ich bin es mal wieder euer PopOnKicks und heute mit einem weiteren Let's Play Teil von Minecraft mit Walkorn. Heute mal mit wieder zwei neuen Special Guests, ja. Und zwar einmal Adelix und so eine weibliche Form. Stellt euch doch mal vor. Kein Kommentar, tschüss, kein. Ihr seid böse. Hallo. Guten Tag. Wo? Ja, Adelix spielt ja ab und zu mal Team-Rate bei uns. Ich weiß nicht, ob wir mal in einem Video dabei waren. Ey, gib mir mal Essen. Glaub nicht. Oh, ich bin Lady Nami, glaub ich. Gib mir Essen. Was? Wo? Ich weiß, ich bin in irgendeinem Sumpf. Lady Ness. Ich seh euch beide. Ja, wo seid ihr denn? Ey, ey, go. Ach, ich klapp. Dreh-o. Dreh-o. Ach, guck mal, dahin. Ich brauch Essen. Gib mir Essen. Gib mir Essen. Gib mir Essen. Gib mir Essen. Ich hab kein Essen. Oh nein, musstest du mir alles klauen. Hä, ich hab dein Essen nicht. Ich hab dein Essen nicht. Ich bin wegen deinem Scheiß. TNT. Im Storben. Bis nicht wegen mein TNT schon. Doch wegen deinem Storben muss ich da das TNT. Komm mal mit, komm mal mit. Nach da. Ja, ich bin mit dem King. Meinst du das Haus, das nie fertig wird? Ich bin mit dem King. Okay. Yeah. Ey, kann man hier schon Schweine reiten? Ja. Oh. Wow. Also das ist mein Häuschen. Da dürft ihr nicht rein. Da dürft ihr nur... Ja, wenn ihr Bock auf eine Nachtschaff haben. Essen. Immer. Ja, ihr dürft ihr nicht rein. Ja. Ja, ich hab Lust. Ich kann mal rein. Ja, dann müsst ihr aber heute noch... Ausziehen, Alter. Verpisst euch. Essen. Essen. Mein Haus ist da... Mein Haus ist da. Da. Da, wo du gerade oben siehst. Ich geh lieber zu Tim. Bei dem ist es viel gewöhnlicher. Da, wo du ein Baum siehst da ist. Oh, shit. Ey, raus hier. Raus hier. Leute. Erstmal essen. Was gehst du hier hoch? Das ist mein... Nein, nicht da reingucken. Das ist ja kein Essen. Geh weg. Ja, es ist der Essen. Das ist mein Mastrober zu. Da ist kein Essen drin. Das ist keine Schmerzen. Ey, Leute. Ey, Junge. Ich brauch Essen. Das verpisst euch, Alter. Ich bin gleich tot. Gib mir Essen. Leute. Ja, ich auch. Leute. Den gibt's nicht zu gucken. Oh. Da gibt's nix zu gucken, Alter. Verpisst euch. Gebt mir Essen. Gebt mir Essen. Nehmen wir mal 16 Gold, ne? Verpisst euch. Oh, ich wäre alle weg. Gebt mir Essen. Gebt mir Essen. Ey, darf ich mir hier Dings zum Weizen... Alter, verpisst euch doch einfach. Nein, macht's selbst. Gebt mir Essen. Macht euch selber hinaus. Ey, auch mein ganzes Slime ist, glaub ich, weg. Gebt mir Essen. Aber jetzt ist es dunkel. Na gut, komm, wir machen uns. Ja, scheiße. Gebt mir Essen. Gebt mir Essen. Gebt mir Essen. Ja, hier ist auch mit Zombies. Gebt mir Essen. Ey, da oben ist ein Haus aufm Hügel. Vielleicht ist da Essen drin. Äh, nein. Du, nein. Ach, das stimmt's auch. Ja. Aber ich hatte da noch nicht viel und das auch. Nee, nee. Geh, bitte. Ja, ich bin gleich totgebest. Ich hab selber kein Essen. Ich hab selber kein Essen. Ich hab selber kein Essen. Warte, warte, warte. Warte, dein Ofen. Den muss ich kurz benutzen. Ich benutze den. Äh, darf ich hier Sam, ähm, äh, Kars am Dings kaputt machen vor deinem Haus? Ja, ne? Was macht ihr? Ey. 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 Weg da. Runter von meinem Privatgrundstück. Oh ja, ich wollte nicht sterben heute. Och, Mann. Hallo. Oh, ich hatte so viel Essen und dann bin ich wegen dir gestorben. Runter von meinem Grundstück. Ey. Ey, ich zieh alles. Könnt ihr jetzt mal endlich schlafen gehen? Ja, witzig. Ja, komm, geht schlafen. Wer will mit mir in ein Bett? Ich. Ne. Ey. Ey, hier sind gar keine Zombies. Doch, doch, doch. Ja, bis jetzt noch nicht. Doch, ich kann sie schlafen. Oh. Ey, das macht das schon mal leuchtet. Kann man dann einen Wasserfall Samen anpflanzen sein, ne? Ja, klar schon. Yeah, mein Haus. Mein Haus, mein Haus. Mein Haus. Mein Haus ist das coolere von den beiden. Das sind ja nirgends Bäume. Die vor deinem Haus darf ich nicht abbauen, ne? Nein, darfst du nicht. Die sind, die sind Dekoration. Die neben deinem Haus? Auch nicht. Alle die in meinem Haus. Ey. Ich wollte hier eigentlich jetzt einen Weg bauen. Alter, hier ist ein Spinner. Ist ein Spinner. Ich war, Alter, ich. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, ey. Ich sperre mal. Vor mich rein. Ahahaha. Ey, komm, lauf mal hier, lauf mal hier. So, vor mich. Jetzt. Hier, vor mich. Achso. Da gibt's Essen, da gibt's Essen. Ja. Achso. Ja. So, keiner. Doch, da waren die ganze Zeit welche. Da! Ja. Alter! Die Blöde da sind. Ja, ich hab kein Essen. Nee, nee, gibt's ja auch nix zu essen, nachdem. Nee, da unten sehe ich sie. Ja, ich hab noch zwei Leben und kein Essen mehr. Ja, das ist schlimm sterben. Ja, alles nur wegen ihm, ey. Wie hier? Ich starte einfach mal weg. Wegen ihm vor uns klein. Warte mal, hier drin könnte Essen sein. Nee, klar. Und? Und? Was ist das denn? Hm, gar nix. Ja, die stehlt sich jetzt. Die hat sich was gestehlt. Was war das? Ahja. Ah, okay. Scheißegal. Hä? Doch. Hä? 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 Warte mal, ich bekomme dich. Äh, warte. Oh, Adelix kommt. Adelix, geh weg. Ja, ich versuch's gerade. Ich hab noch ein Leben. Oh mein Alter. Ja, ich hatte voll viel Essen. Oh, in der letzten Folge ist der Femze. Tim, darf ich den Femze? Ich weiß nicht, wovon du gehst. Äh, wenn du da wieder einen neuen hin kannst, ja. Ja, mach. Ey, ich will auch mal versuchen. Oh. Hä? Hä? Wo war denn hier ein Zombie? Da. Ach, da. Da steht da einfach. Na komm, komm in die Lava. Ja. Oh. Die gehen da immer rum, oder? Ja. Ja, voll scheiße. Ja. Hat sich aufschaut. Komm, komm, komm. Junge. Ach, Mann. Ah, haha. Hilfe! Ich hab... Ich hab... Nein. Ähm, sag doch mal die Koordinaten drauf. Ah, Alter, ich bin gleich tot. Okay. Koordinaten, äh... Ich hab... ...hundertfünffünfzig... ...hundert... ...hundert... ...siebundsechzig. Da unten ist auch ein Enderman... ...Beeper... Ja, guck mir in die Augen. Ich hab im Tiefen die Augen. Oh, nein, 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 nein. Weißt du was, weißt du was, wie viel Leben hast du noch, bis du sterben? Nee. Gib mir alles, was du aus als stirbst du. Das ist alles, was du nicht hörst. Danke. Bitte schön. Oh, Mann. Da ist was, da, ich hab dir was hingelegt. Oh, mein Gott. Ja. Es kann sich bewaffnet mit deiner Same. Mit deinem Samen. Ich hab dir einen Samen gegeben. Oh, der Baum ist neu. Ich hab noch nicht mal zur Axt. Was ist denn da los? Nein. Ja, ich hab einen Samen. Oh. Von mir. Ich hab zwölf. Oh, komm. Oh, komm. Jetzt mach ich mir erstmal ne Axt. Willst du mein Haus unter vermieden? Ich hab hier drunter noch einen kleinen Raum, aber da ist noch nicht viel. Oh, da klappt die mir erstmal Holz. Ja, ich möchte gerne im Keller wohnen. Ja. Mit Krim darf ich auch bei dir wohnen. Komm in meinen Keller. Ja. Was machst du da? Was machst du da? Oh, 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 fuck. Gibst du mir etwa meine Sachen wieder? Ja, ich hab dir meine Sachen wieder gegeben. Ja, ich hab dir meine Sachen wieder gegeben. Okay. Ja, hm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das alles so war, aber alles voll. Nee, ich hatte, ich hatte nicht mehr. Ja, aber vielleicht zwei Dirt oder so. Ich weiß nicht, ob das alles von mir war. Ach so, doch. Zum Beispiel so ne Eisen Axt. Ich weiß ja nicht. Das könnte auch meine gewesen sein, ja. Jetzt ist er leider weg. Jetzt ist er leider weg. Tut mir leid. Wer ist da denn? Ich hab sie schon benutzt. Ist da so? Ist da so? Oh man, hat hier keiner was zu essen? Doch. Cool. Ich hab hier ganz viele Sachen. Nein! Ich tu mir den Tod. Warte, warte. Ich bin jetzt sehr romantisch. Pass auf, ich bin jetzt sehr romantisch. Wo ist Dings Plane? Ja, die ist hier bei mir. Warte. Kannst du mir auch was geben? Nee, ich bin jetzt sehr romantisch, als wir endlich. Wtf. Lässt du mich bitte in Ruhe? Nein. Ich kann nicht mehr rennen, ach. Was macht ihr hier? Da fehlt wieder was. Tim darf ich bei dir wohnen. Sie war das nicht. Sie war das nicht. Tim darf ich bei dir wohnen. Ich wohne alle bei Tim. Ja, hier bei mir. Bei mir. Gebt mal da an eine Seite und dann da. Nein, hier. Warte. Wo? Warte. Hier könnt ihr euch was einrichten. Hier. Hier lang. Hier rein. Hier an dieser Einglobzüch. Ja, da könnt ihr rein. Ach, hier. Ach, hier. Da ist noch nicht viel. Also ich bin damit noch nicht viel. Sehr romantisch. Ja, gib mir Sachen. Gib mir Sachen, Dude. Geh, dann boddel ich mich hier nach links durchs Holz weiter, oder wie? So, da sind wohl Creeper, aber ich bin zu cool für die Creeper. Tim, ist das wohl als ne Abgrenzung, dass ich da nicht weiter waren darf? Ja. Was ist los? Alter, was? Was war das denn? Ich hab's verbotene Sachen gemacht. So, jetzt renne ich noch vorbei. Guck mal, eine Rose. Oh, mein Gott. Danke. Guck mal, eine Sache. Was ist denn das Ding von dir? Ja, bei mir an dir. Ich hab mir gar meine Sachen. Hat jemand ein Raphstone wackelt? Nee. Äh, geh weg mit deinem TNT. Oh, ein Enderman. Ich hab'n Knochen. Ja, halt die Oma so. Wuh! 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 Ah, da ist ein Enderman halt. Ja, eben. Ist mir wirklich kurz zu erschreckt. Hä, wo bist'n du? Bist du ja nicht bei mir, oder? Äh, du. Hä, wo bist'n du? Ich seh'n. Wo? Ich seh'n nicht. Ja, da ist Popcorn. Ah! Oh, ey. Ich wär' fast wieder runtergeflogen, ey. Toll. Ich, äh, sterbe jetzt grade, weil ich nichts esse. Ja! Ich hab' auch noch nix. Ich bin drauf. Also wenn ihr auf Pilze gut steht könnt ihr die Tüte gut einfach... Ach, jetzt auf einmal will ich was gehen, oder? Oh, ich hab' nicht hier ruhig zu essen. Oh, ich hab' mich hier ruhig zu essen. Oh, ich hab' nicht 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 hier ruhig zu essen. Hey, jetzt muss vorbei. Ey, scheiß. Nein, das fie- nein, das fie- nein, das fie- zu schnell. Hier weg. Nein, ey, ey. Hey, nee. Hey, guck mal, ob Geryon was hat. Oh, Mann, ey, die Hühner bringt nichts. Ja, Gerion hat bestimmt noch Essen. Essen? Ja, Gerion, renn mal da hin. Wo ist ein Gerion? Weg. Nein, da weiter hinten. Noch weiter weg von mir als das Haus von Popcorn. Äh, ich geh mal hier den Wasserfall runter und siedel mich da unten irgendwann. Weißt du, wo Matthias das gebaut hat? Ja, Matthias war auch hier? Ja, der hat ja nichts davon gemacht. Was war das? Hat der überhaupt was gebaut? Ich weiß nicht, der ist gar nicht gestorben. Oh, der darfst du essen. Wart, Bert, was zu essen. Warum habt ihr denn alle kein zu essen? Ich will auch was essen. Ja, ich will gerade einen Samen anbauen. Wow. Ah, 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 Zompy. Ja. Und Creeper, ja, äh, toll. Das ist nett. So, wo mach ich hier denn meine schöne Farm hin? So, ich hab jetzt hier ein kleines weißen Feld. Der hat tschüss gesagt. Ach, ähm, äh, da ist er. Da, wo's? Ach du Scheiß. Ja, scheiße. Ach, ich seh euch beide da. Warum lockst du denn zu mir? Was? Äh, nein, oh Gott. Auch ein Emberman ist da auch noch schön. Ja. Ja. Wann sind sie da Scheiß Endermänner? Sprich zu mir. Nein! Meine Musik kam her in mir. Ach, sie hat erstmal in meinem Bett geschlafen. Ah, meine Sachen. Yes. So, mein Eimer brauch ich. Wirst du deine Sachen wieder haben? Äh, eigentlich schon. Okay. Ach, das macht so einer. Was war da? Ey, aber Schafe bringen nix zu essen, ne? Ich weiß. Voll unnürbisch. Warum hast du hier in so einer Dschungelwelt gestartet? Was? Dschungel gibt's ja wohl nicht. Der scheiß Zuckerlein. Ja. Ach du scheiß ein Kuchen. Ja, sag ich doch nicht. Ey, kann man mit, kann man Kakao essen? Kakao? Kakao? Komm mit, komm mit Kuchen. Haschkeks. Wir müssen hier überall so schön sein, ey. Wir müssen hier überall so schön sein, ey. Wenn es das geliebt hat. Kakao genüilser Alles Sch애보i, sonst sieht man sicher aus. Kakao genüilser erst Schwiegen auf,